Dann haben wir finanzielle Bildung. Mit dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht benötigen, um anderen Menschen zu imponieren, die wir nicht mögen. Oder? Also die meisten Menschen, die kaufen sich mit dem Geld, was wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht benötigen, um Leuten zu gefallen, die wir eh nicht mögen. Und so ist es eigentlich, weil einfach die finanzielle Bildung fehlt. Das könnte eigentlich auch ein Leitspruch für meinen Online-Shop sein. Hier findet ihr diese Dinge. Zu Genüge. Genau. Ja, also das ist ja so, wenn du heutzutage siehst, ich meine, ich sehe das ja auch bei dir, ist jetzt keine, vielleicht nicht so gut, aber egal. Nein, sag, 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 bei mir gibt es keinen. Ich sage den Leuten, dass sie nicht kaufen sollen. Genau, die Leute, genau, Welle ohne Wasser, einer kennt mich. Genau, macht nie Welle ohne Wasser. Das ist ja mein Leitsatz. Welle nie ohne Wasser machen. Die sparen sich gerade 10 Millilie zusammen. Das erste, was sie machen, ist dann eine Uhr kaufen zum Beispiel. Ja. So, oder 300 Euro kaufen sich dann für 300 Euro im Parfüm. Weißt du, das ist halt Konsum. Das ist der Weg, das ist der richtige Weg. Also mit dem Parfüm werdet ihr medisch beeindruckt. Wir erst mal mit Konsum anfangen. Konsum ist immer am Ende der Wertschöpfungskette. Aber wieso? Dann ist Konsum. Ich habe doch gerade gesagt, lass mich das nicht sagen. Aber nein, nein, guck mal, die Sache ist. Okay, dann komm, lass uns das ausdiskutieren. Ich finde, du hast vollkommen recht und auch, das sage ich ja auch immer, die Leute, die so dann komplett ausarten mit dem Konsum. Es geht nicht darum, dass man sich nicht belohnt. Du kaufst Sachen, ich kaufe Sachen und es ist auch okay. Okay, aber wie willst du das jemandem Jungen beibringen, der jetzt als einzigen Inhalt sieht, Acento zu kaufen? Der sagt, Emma, ich habe 285 Euro, ich will jetzt Acento haben. Ja, das ist halt das, was ich ja sage. Die finanzielle Bildung ist halt nicht da. Die müsste schon früher anfangen. Okay. Genau. Dass man dem Kind vielleicht sagt, okay, Acento, wen gehört das überhaupt? Keine Ahnung. Wir sagen jetzt mal, nur als Beispiel. Fertumomo. Gibt es den an der Börse? Nein, noch nicht. Den gibt es nicht an der Börse, genau. Dann sucht man, jetzt sagen wir mal, einer will eine Playstation kaufen. Ja. Playstation 5. Sony ist an der Börse, dann würde ich dem Kind empfehlen, guck mal, bevor du Playstation kaufst, kauf dir für 500 Euro erstmal Anteil an Sony. Also Konsum ist bei mir immer ganz am Ende. Aber du siehst doch, dass die Leute mehr und mehr konsumieren. Ja klar, die müssen ja, müssen die ja. Deswegen verdienen auch die Leute so viel Geld wie du. Da hast du recht. Ja, deswegen immer weiter konsumieren. Ich sage ja nur, ich will ja auch jetzt nicht da zu tief reinkommen. Nein, hau vor rein. Nein, nein, einfach nur am Ende. Ja. Am Ende sollte dann der Konsum kommen, nicht am Anfang. Gerade 200 Euro und direkt konsumieren. Das ist auch ein... Aber wie sollen die Leute sich zurückhalten? Das ist auch ein Durst und ein Hunger, die kannst du nie löschen. Nie. Egal mit was. Kannst du nicht löschen. Okay, dann hast du das Parfum. Was kommt dann als nächstes? Meinst du, dann sagt der, okay, ich habe mein Ziel erreicht, fertig. Ne, dann will er schon das nächste Parfum. Ja, ja. Dann den Exos und dann identifiziert er sich nur über äußerliche Sachen und dann hast du ihr ganz, ganz großes persönliches Problem. Dann sind wir wieder ganz oben. Identität. Aber wie findet diese Selbstrestriktion statt? Wie willst du dich als junger Typ... Zum Beispiel, ich habe auch den Fehler gemacht. Eben hat es mir dann geschrieben. Ja, ich gehe es nicht. Ich habe es ja genauso gemacht. Das war auch falsch. Aber die Lehre, die ich daraus... Kalendersprüche. Ich habe noch gar nicht angefangen mit Kalendersprüchen. Vielleicht kommen die. Die Wand-Tattoos. Die, 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 die Lehre, die ich daraus gezogen habe, war für mich halt, dass ich da kein Glück empfinde. Also ich habe diese, ich habe damals meinen 14.000 Euro. Das war der erste Bonus, den ich bekommen. Ich habe nur das Geld. Das war das einzige Geld, was ich hatte. Ich habe das Geld bis auf den letzten... Ja, aber du hast einen Rolex gekauft. Nee, eine Jäger. Ja, eine Jäger. Ist ja jetzt auch trotzdem jetzt kein, als würdest du jetzt, keine Ahnung, das Geld... Nee, es war schon ein wertheitiges Produkt. Genau. Und das würde ich halt damit sagen. Das hätte ich dir auch empfohlen. Oder wenn du jetzt kommst und einer sagt, ich will Gold kaufen. Ja, kannst du kaufen. Ah. Oder ich will selbst eine Sneaker kaufen. Kannst du kaufen. Okay. Aber nicht einfach, was dann einfach weg ist von der... Okay. Weißt du? Das meine ich mit Konsum. Das stimmt. Und wie man das Kinder beibringen kann, das wolltest du ja wissen, ne? Selbst... Ja, genau. Das muss man halt in den frühen Jahren schon machen. Und ich glaube auch, das hat dein Vater bewusst oder unbewusst auch direkt richtig gemacht. Okay. Als er dich schon früh von der Leine gelassen hat. Weil nur dann bekommst du auch ein Gefühl für Geld. Sagen wir mal, dein Kind ist 14 Jahre alt. Jetzt kommt wieder Welcher, darf mit 14 nicht arbeiten und so. Wir gehen nun mal davon aus. Und du lässt... Ich habe auch gearbeitet mit 14. Ja, ich habe mit 12 gearbeitet. Und du lässt ihn jetzt irgendwo arbeiten. Ich habe auch mit 12 Zeitungen ausgetragen. Und du lässt ihn jetzt irgendwo arbeiten für 5 Euro die Stunde. Ne? Ja. 5 Euro die Stunde. Ja. Ja. Arbeit der 10 Stunden. Hat er 50 Euro. Und jetzt sagt das Kind, ich möchte das und das, diesen Konsum bedient haben, ne? Keine Ahnung. Playstation. Da sind wir wieder bei Playstation. Oder Schuhe. Also jetzt keine seltenen Sneaker, sondern einfach irgendwas, was gerade hin ist. Was 400 Euro kostet. Und jetzt sagst du dem Kind, ja okay, kauf. Jetzt fängt das Kind an zu rächen. Oh, ich habe 5 Euro. Also, weißt du? Jetzt fängt er an zu... Ich habe meine Arbeitszeit im Verhältnis zu dem... Weißt du, wie schnell der sagt, ich brauche die Schuhe nicht. Okay. Ach, die Schuhe? Ne, ne. Brauchen wir nicht. Und das ist das halt. Man muss halt Kinder früh daran führen, dass die ein Gefühl für Geld bekommen und dass die auch ein Gefühl dafür bekommen, dass ihre Zeit was wert ist und wie viel die wert ist. Und umso mehr die können, umso mehr sollte man denen dann auch dann geben. Selbstbewusstsein. Zeit gleich Fähigkeit. Ja, das ist meine Formel. Die habe ich selber entwickelt. Zeit gleich Fähigkeit. Hier zu den Kalendersprüchen. Okay. Mitschreiben. Selbstbewusstsein. Zeit gleich Fähigkeit gleich Wert gleich Selbstbewusst. Genau. Wir reden in jungen Jahren, sollte man seine Zeit für Fähigkeiten eintauschen. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Sohn, der ist 14. Ja. So. Der würde mich jetzt fragen, dann würde ich ihm zum Beispiel zu dem sagen, ich würde dich anrufen und sagen, ey Marc, pass auf, ich schicke dir meinen Sohn, den Noah, und der soll dir einfach helfen. Ja. Du musst dir nichts bezahlen. Der soll einfach verpacken lernen, der soll das lernen, der soll dies lernen, der soll das lernen. Das heißt, was macht er? Er tauscht seine Zeit für Fähigkeiten. Das heißt, er lernt ja was. Nach zwei Jahren kann er gewisse Sachen. Nach denen kann er die Fähigkeiten aus den Fähigkeiten Wert schöpfen. Das heißt, ich werde für meine Fähigkeiten, und das ist leider so, das wird dann untermauert, auch natürlich mit finanziellen. Das heißt, ich kriege ja Geld dafür. Und was passiert dann daraus? Dadurch werde ich selbstbewusst. Weil du was geschafft hast. Genau. Weil ich werde ja für meine Sachen bezahlt, kriege Bestätigung dafür, weil ich mir vorher, und das empfehle ich immer an Menschen, die sehr jung sind, nutzt eure Zeit, solange ihr noch keine anderen Probleme habt, eure Zeit und Fähigkeiten. Und nicht immer, ja, wie viel Geld kriege ich, was kostest du das? So viel Geld werde ich nicht niemals arbeiten. Arbeite nur nicht mal für Geld. Wenn du einen, jemanden hast, der dir Fähigkeiten beibringen kann. Zum Beispiel, ich schicke den hier hin, und jetzt hast du oben deinen Cutter, und der bringt das dem bei. Und der kann nach einem Jahr super Reels machen. Heftig. Oder? Heftig. Wie läuft der dann selbstbewusst hier rum? Du, aber wie viele Probleme du gelöst hast? Wie viele Probleme man gelöst hat? Ja, ich meine, so habe ich das mit den Uhren gemacht. Ja. Du bist hingegangen, du hast von Tut und Blasen keine Ahnung gehabt, was man in deinen ersten Videos auch merkt. Und das Geld stand in keiner Relation zu dem Arbeitseinsatz. Ja, aber, du hast aber dadurch gelernt, dass dir heute was ermöglicht, dir das bis heute? Also, alles. Richtig. Und du bist weltweit aktiv, du kannst mit jedem mitreden, wenn es um Uhren geht. Richtig? Ja. So, aber das musst du ja gelernt haben. Auf jeden Fall. Du hättest ja auch sagen können damals, ey, pass auf, ich möchte mindestens 10.000 Euro netto verdienen. Das ist die Sache, das kann ich mir heute selber noch nicht erklären. Weil, wenn ihr wüsstet, zum Beispiel, für was für Gehälter ich gearbeitet habe, und für was für Arbeit, also, sagen wir mal, ich war ja sechs Tage mindestens, wenn Messe, also, das war einfach normal. Ja, aber ich habe nie so wirklich so krass, wie jetzt heute zum Beispiel, die Leute, du gibst dir eine Aufgabe und sie sagen, ja, was kriege ich dafür? Ja, sofort. Aber ich kann mir selber nicht erklären, ich war letztens noch mit dem Osman auch im Auto, der sagt, ja, warum hast du denn, also, warum hast du denn nicht mehr gefragt? Oder, das war, ich weiß auch nicht. Ja, man muss ja sagen, guck mal, man muss ja sagen, erste Sache, das ist eine Sache, die dich erfüllt. Es hat mich glücklich gemacht. Genau, das hat dich erfüllt. Ja, ja. Und zweitens hast du halt von Leuten, die schon seit Jahren in diesem Metier tätig waren, sehr viel beigebracht bekommen. Ja, aber es war einfach mal, ich habe... Viele Abkürzungen. Ja. Also, und das sollte man einfach, also, wenn ich morgen jetzt zum Beispiel, ich interessiere mich morgen für Gold und ich möchte jetzt irgendwann mit Gold Business machen und jetzt gibt es da den einen, der der absolute Experte für Gold ist und der sagt zu mir, Oma, wenn du willst, kannst du ein Jahr mit mir arbeiten, aber ich zahle dir nichts. Würde ich sofort machen. Sofort. Aber so sind die Leute heute, glaube ich, nicht mehr. Ne, das sind die auch nicht und deswegen haben wir auch das Problem und deswegen sind auch die Leute am Ende nicht selbstbewusst, weil, ne, die wollen für alles direkt die Bestätigung haben. Ja, wie viel kriege ich denn dafür? Ja, und dann kommen die nach halbes Jahr bei denen ins Büro rein, ja, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Ich will ein Firmenauto. Ja, du hast mir aber die letzte Woche nicht zehnmal gesagt, wie toll ich das gemacht habe. Du hast mir nicht das und das gemacht. Weißt du? So, wie willst du das? Das kannst du am Ende nicht. Dann geht er woanders hin, weil dann ist er da wieder gefragt, weil er will dieses Gefühl haben, dass man um ihn kämpft. Ne, dann bewirbt er sich da und wir wollen, wir tun, aber das ist die Formel. Zeit, gleich Fähigkeiten, gleich Wert, gleich Selbstbewusst. Hier ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, viele Leute befinden sich so in einer Sackkasse und das ist ja auch mit Sicherheit nicht alleine, der Richie sagt, ich bin Vater von zwei Kindern, lebe in einem Haus zur Miete. Frau geht auch arbeiten, uns geht es gut, aber ich schaffe es kaum Geld auf die Seite zu bekommen. Was soll ich machen? Also der Vater ist okay. Na, er ist Vater mit zwei Kindern. Ach da. Und er lebt zur Miete. Seine Frau geht auch arbeiten, aber sie schaffen kein Geld anzusparen. Es kommt darauf an, also ich würde meinen Tag analysieren und wirklich auch sehr, sehr effizient gestalten, um zu versuchen, dass ich mir noch eine Fähigkeit aneigne, weil wir jetzt nur als Beispiel sind bei Reels, die jeder braucht oder Cutten, würde ich mir das vielleicht abends nochmal beibringen, eine Stunde. Dafür braucht man nicht viel. Man findet alle Informationen im Internet und dann diese Sache anbieten und dadurch halt eine zusätzliche Einnahmequelle eröffnen. Also zum Beispiel bei mir, ich kann euch nur sagen, wie es bei mir damals war. Ich konnte von dem Geld, was ich da verdient habe, nicht so gut leben und dann habe ich halt nebenbei halt Dinge auf Ebay, gebrauchte Artikel auf Ebay verkauft. Kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Ja, und das hat langsam angefangen, aber halt jeder verkaufte Artikel war ein verkaufter Artikel und ich habe Geld gehabt. Also ich habe versucht, was kann ich noch machen, um Geld zu bekommen. Aber genau das ist es ja. Aber da sind die Leute halt, ich habe keine Zeit und ich habe Kinder und ich habe das. Ja, aber das kann man auch von zu Hause aus machen. Das meine ich ja damit. Das kannst du ja auch von zu Hause aus machen. Ja, ja, genau. Online, du kannst du jetzt alles online machen. Ja. Und ja, da hat jetzt noch einer geschrieben, Geld tracken. Ja, wenn halt nicht viel Geld ist, dann gibt es auch nicht viel zu tracken, aber ist auch auf jeden Fall eine gute Idee. Also es gibt so unterschiedlich, wenn man zum Beispiel mit meinem Vater sprechen würde, wäre er auch immer so derjenige, der so sagen würde, ja, man muss auf seine Aus... Also man muss halt das Geld halt darauf achten, was damit passiert. Ich habe meinen Fokus immer auf die andere Seite gelegt. Ich habe immer halt geschaut, dass man sich mehr Geld verdienen kann. Und auch heute ist es so, ich versuche immer ein System zu installieren. Beispielsweise, wir haben jetzt einen neuen Produktarm wie Gold. Die Sachen stelle ich einmal rein. Wir machen einmal das Video und dann wird es immer wieder gekauft. So. Und so haben wir dann halt einen neuen Revenue Stream. Und das muss man halt versuchen zu installieren. Aber es führt keinen Weg daran vorbei, dass du mehr machen musst. Also ich bin auf jeden Fall, was du sagst, was dein Vater empfohlen hat und wie du bist, ich mache genau beides. Ja. Also ich bin keiner, der verschwenderisch ist, aber auch auf der anderen Seite versuche ich natürlich... Ich sage immer, es gibt ein paar Bauernregeln, die ich aufgestellt habe. Wenn du 5 Euro verdienst, gib 1 Euro aus, dann wird es dir immer gut gehen. Nie Welle ohne Wasser. Tja. Das ist der Leitsatz heute. Also ich gebe auf jeden Fall mehr aus als... Das weiß ich. Aber in werthaltige Sachen, das muss man auch sagen. Ah! Ha! Was denn? Was denn? Fumische Skateboards, Basketballe und... Das ist ein Fehler aus, den ich lerne. Das mache ich heute nicht mehr. 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 Bis zum nächsten Mal.